floppy sieht aus wie ein hase mit mit frisur und zöpfen kann aussaat kann handwerk kann arzneimittel herstellung o arzneimittel herstellung transport und sammeln er kann voll viel wir haben ja noch ein platz im pal für also für ein pal im lager brauchen wir noch irgendwas spezielles grundsätzlich glaube ich nicht habe sturmgewehr munition gefunden und ich habe minderwertige munition guck mal dieses sparket macht hat einen eins stehen bei strom also so ein blitz da kriegst du später dass ich sag mal die herstellung jetzt hätte dass die halt strom benötigt dann brauchst du diese strom pats ok läufig wieder wie ein sack schrauben ich habe gerade so eine kleine diashow du bleibst drin wegen du bleibst mal hier du bleibst mal hier du bleibst mal hier links hoch hier ist was mal gucken wen ich denn dafür mitnehmen das läuft gerade wirklich nicht gut als würde mir das spiel sagen wollen dieses gebiet ist noch nicht für dich na quatsch sowas gibt es hier nicht oh hier ist noch ein ei kommen wir darüber jawohl heißes ei da bin ich drin okay sollen wir da mal hoch chat da oben ist irgendwas ein penking so ich habe mal ein paar pals ausgetauscht frage ist habe ich dafür genug ausdauer um da hoch zu kommen das hilft mir für die ausdauer das ist das einfach nur die treppe dann schalte ich mal eben hier die die schnellreise frei das ist falls wir sterben sind wir recht schnell wieder hier so wo laufe ich denn noch hin ich könnte da bei dem turm oha wo seid ihr denn bisschen weiter weg okay des eisvogels ach da muss ich rein das ist ein dungeon oder so das kann sein ach so das eine dungeon habe ich auch ne gefunden da unten am strand mhm aber in den dungeon will ich jetzt glaube ich nicht rein oder ich weiß auch nicht wie ist das nehme ich euch dann mit oder ich glaube ich nicht ach so kann man da nur alleine rein ne das nicht aber wir werden nicht automatisch dahin geportet sage ich jetzt mal ach so wo ist denn der andere einen anderen mal chat nordosten da lang ja nordosten oh nein verdammt ich wollte hoch laufen wir mal nach nordosten gucken wir es schaffen hier sind wir ja auch ein ei da ist noch eine kiste so mitten auf dem feld das sieht so aus als wenn mich irgendwas großes angreift das ist eine falle oh da ist ein ei ich bin auf der falschen seite so dann müssen wir hier jetzt glaube ich mal weiter ein feuchtes ei ok rissi gerade rumläuft ähm ja oh da ist ein wilderer mach ihn weg mach ihn weg da habe ich eben das andere Viech gefunden nein ich trau mich nicht es wird schon wieder dunkel der königsfelsen was meinst du damit äh wie bei ähm na ja genau ja 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 da ist ja noch eine statue oh wollen wir uns alle nach hause porten und schlafen gleich oder wollen wir im dunkeln äh ich bin gerade unterwegs also ich komme jetzt so schnell nicht nach hause also ich wollte noch den einen neu also den anderen schnellreisepunkt freischalten ja mach mal das war ja auch nur eine frage da gebe ich dir recht josie der felsen sah so aus ja ich habe nur das andere nicht geschnallt wie so oft hier sind so viele glitzernde sachen das ist ja ganz schrecklich was ist denn das da oben ach das bist du um gottes willen da habe ich mich jetzt erschrocken das war eine kleine palseele hast du die dinger so eine fackel wäre nicht schlecht ich glaube ich hätte mir mal eine fackel craften sollen was ist das für ein tier da hoffe ich noch richtig ne ein bisschen ein sparket sind die gut oh Norden das sieht aus wie Pikachu ich hatte noch keins gefangen das sind die Elektrofühne halt das sind diese Stromdinger ich habe auch schon zwei oha ich hole mal meinen Perl rein weil also der der die Armbrust die macht dir übels schaden jup ok der ist tot verdammt ich sollte irgendwas anderes nehmen Bogen klappt das damit wo willst du nur hin oh der sollte ja wohl drin sein oder 85% ja komm schon zack smorgit der kämpft da mit wem der kämpft da mit wem hier oben wo muss der Schnellreisepunkt sein ach da oh nein das war zu doll Turm des rain sind die karts ach da müssen wir den Boss machen ha 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 geil ich habe endlich meinen ersten Hirsch nice nice jetzt muss ich mich aber erstmal erholen Rüstung ist auch im Arsch da gehörst du nicht hin ne definitiv nicht oh überfall oh oh bei uns zuhause jo ich komme scheiße nein abbrechen aber ich weiß noch nicht wo und was komm her jetzt hier so wo haben wir denn jetzt den nächsten Schnellreisepunkt direkt vor uns irgendwo soll einer sein doch von da unten kommen sie aus Richtung Westen ja ja Gott lecker ist das grad bei mir da sind sie ich hab ein Standbild ja also mein Paar liegt auch grad einfach so in der Luft hier was ist das Schnellreiseding macht mich nicht schwach Leute da unten so jetzt hier ist ein kleines Dorf ja da ist der Schnellreisepunkt oha gut hallo sind die grad gar nix bei mir gott ja nix können die okay aber ich komme eh nach hause dann können wir schlafen ne 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 irgendein Tier austauschen im Lager gegen so'n Sparkit? Äh, die Frage ist, ob das was bringt gerade. Okay. Das ist sehr lustig, Andy, weil genau das gleiche hab ich vor 10 Minuten auch gefragt. Echt? Ja. Oh, hab ich nicht mitbekommen, sorry. Alles gut. Mir hat mein OBS auch eben angezeigt. Codierungsfehler. Oh. Und mein Stream ist aus. Oh. Oh, nein. Stimmt. Komisch, laut, ähm. Dingens, warte. Jetzt müsste ich wieder da sein. Ja, jetzt bist du wieder da. Ah, alles klar, Sam, mach das. Viel Spaß, sorry, ich hab's jetzt erst gelesen. Macht sie alle fertig. Ich hab grad gerötzt, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Hey, mach raus damit. Aber jetzt ist halt wirklich die Frage, tauschen wir was aus oder warten wir einfach, bis wir aufgelevelt haben? Ja, ich hab ja, ich hab ja auch ein paar, ähm, andere Pals, äh, noch gefangen. Also das einzige, wo wir halt mal gucken können, jeder Pal hat ja neben seinen, ich sag mal, normalen Fähigkeiten, also Handwerk, Transport und so weiter, auch noch so bis zu vier Attribute unten stehen meistens. Einige davon sind besondere Attribute, die sind dann so gelb gekennzeichnet. Da könnte man doch nachgehen. Mhm. Wie bei dem, wie bei dem Egg, hier, dir, dieses Workaholic. Genau, dat. Okay. Ich hab jetzt hier noch ein, ein, äh, ein Lammball, das ist blitzschnell, aber wir brauchen kein Lammball. Nö. Irgendwas für, also, ne, der Elch, sag ich mal, der kann zum Beispiel gut Holzhacken, relativ. Der hat, ist glaube ich, sogar Stufe zwei Holzhacken, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Alter, das hier grad böse. Ein Schaukäfig. Käfig zum Ausstellen gefangener Palz. Ausgestellte Palz können weder mitkämpfen noch Arbeit verrichten. Okay, krass. Werden dafür aber auch nicht hungrig. Was ist das Böse? Was blinkt denn hier? So. Josie, Marie, seid ihr wieder am Start? Stream ist eben abgeschmiert. Ähm, Andy? Hm? Siehst du das? What? Guck mal. Wo bist denn du? Hier ist so ein blinkender Punkt. Siehst du den? Hier bei mir, direkt vor mir. Irgendwas hat da eben geblinkt, ja? Was ist das? Packt da irgendwas von drinnen quasi rum? Nee, das schwebt hier irgendwie. Achso, nee, das hab ich, das hab ich nicht gesehen. Oh, ich seh das. Was ist das? Ich hab eben so'n Punkt auf dem Boden gesehen, aber... Achso, Schulle, weißt du übrigens mittlerweile, wie man Palsaft macht? Äh, nee, nee, nicht wirklich. Ich könnte sonst mal, ähm, Sam nochmal fragen, ob die das schon weiß, also die weiß es bestimmt. oder sonst könnte ich noch eine andere Freundin fragen. Holz und Weizensaat. Haben wir irgendwo Weizensaat? Wisst ihr das? Äh, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Weil dann könnte ich so'n Weizenfeld machen. Ich glaube nicht. Riecht man denn das her? Das weiß ich leider auch nicht. Uh, ich hab ja noch ein Ei gefunden, stimmt. Ja, ich hab auch noch eins. Na, feuchtes Ei. So, davon haben wir jetzt zwei. Äh, und Erzeln? Noch nie war es so wichtig, sich den blöden Spruch zu verkneifen. Ja. Ähm. Überholt nix, Ihr seid bescheuert. Sie. Jawohl. Weizensaat. Sam ist nicht mehr da, ne? Nee, die ist, ähm, die spielt CS, also Counter-Strike. Aber, äh, ich kann's nicht sonst, äh, morgen mal fragen. Ja, alles gut. Zur Not kann ich jetzt auch gleich mal googeln. Ähm. Ähm. So, warte mal. Mal eben. Pal-World. Weizensaat. Oh, noch neuneinhalb Minuten. Dann ist das Ei fertig. Geil. Weizen hat beim Händler kaufen. Fangt oder besiegt Pal-World die Weizensaat droppen. Ja, welche sind das, die Ochsen? Das weiß ich leider auch nicht. Sind die Weizensaat und Thron. Okay, aber weißt du, was ich mache? Dann reise ich einmal schnell zum kleinen Dorf. Ah, Floppy. Da ist nämlich ein, äh, ein Händler. Okay. Floppy und Dinosom sind zum Beispiel welche? Okay, ich bin dumm. Ich sollte auch Geld mitnehmen. Und Bristler. Gott. Ja. Ich will da auch nochmal hin. Ähm, können wir jetzt da... Ja, warte, ich hole mir erstmal Münzen. Irgendwo in irgendeine Kiste habe ich Münzen getan. Wir hatten doch mal ganz viele. Wo sind die denn alle hin? Oder hat die, hat die einer von euch? Was denn? Münzen. Goldmünzen. Ja, 683 habe ich in der Tasche. Ach so, hast du dir die schon alle geschnappt? Nee. Die waren die ganze Zeit in meinem Inventar. Ich habe die noch nicht hier rausgebracht. Aber, ja, weil ich habe Münzen, die ich gefunden habe, in Kisten getan. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Äh, hier sind welche drinne. Ach, oha. Ja, ne? Oh, das stimmt. Josy, das tut mir leid. Ich habe dir, ähm, deine Aufgabe weggenommen, ne? Ah. Was für eine Aufgabe? Josy googelt immer gerne Sachen für mich. Ah. Jetzt habe ich es eben selber gemacht. Na, scheiße aber auch. Ja, ne? Scheiße, die wandern. So. Schande über mein Haupt. Schande über dich. Schande über deine Kuh. Was? Kuh? Kennst du das nicht aus dem Film Mulan? Nee. Sagt mir gerade nix mehr. So. So, die Mühle. Dann baue ich erstmal die Mühle. Dafür brauche ich nur Holz. Weizensaat? Oder Weizen? Nee, Weizensaat brauchen wir. Weizensaat? Damit ich, ähm, ein... ...Dings kaufen kann. Wie heißt denn das? Ähm. Nee, damit ich ein... ...ein... ...ein... ...Mann! Ein Feld bauen kann. Ah, okay, okay, okay. Da sind hundert drin, wenn ich das richtig, äh... ...sehe, ja. Ich mach mal... ...ich hol mal drei. Ich kann dir gleich sagen, wie viel ich uns noch brauche. Ja, das sind dann ja 300, äh... ...samen. Ach so. Glaub ich. Ja, das ist ja... ...ich. Ja, das ist ja... ...ich. Ja, das ist ja... ...ich. Untertitelung des ZDF, 2020